So ihr Lieben, wir sind jetzt beim Speedheading und bei mir ist die liebe Maoki und du bekommst jetzt von mir jede Menge Fragen gestellt und beantwortest sie einfach so spontan und intuitiv wie möglich. Fühlst du dich bereit? Tomate! Sehr gut, magst du Bourbon? Nein. Heute schon den Crapdance gemacht? Nein, gestern. Das Tollste an IFA ist? IFA! Wer ist dein größter Fan? Ich. Was würde dir dabei helfen in einer Zombie Apokalypse zu überleben? Ich will nicht in einer Zombie Apokalypse überleben. Was ist deine größte Leistung in deinem bisherigen Leben? Überlebt zu haben, das klingt so dramatisch, aber es stimmt. Was hilft dir beim Einschlafen? Horrorgeschichten. Und was hilft dir beim Aufstehen? Die Realisation des täglichen Horrors. Ananas auf Pizza? Ja. Was ist das Beste an Katzen? Katzen? Heute mehr dumme oder mehr lustige Sachen gemacht? Boah, das hält sich bei mir immer bei 50-50. Vergeht kein Tag ohne 50-50. Im Hochbett schlafen? Lieber oben oder unten? Das ganze Bett gehört mir. Oben und unten, damit ich wechseln kann. Gibt deinem Leben einen Film oder Serientitel? Äh. 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 Ich kenne keine Filme oder Serien. Dein Lieblings-Cosplay? Äh. 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 Manchmal Dinge vorhersagen, indem ich sie träume. Äh. 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 Ich sitze oft vorm PC und Leute geben mir Geld, damit ich auf sie reagiere. Klopapier aufhängen. An die Wand oder weg von der Wand gerichtet? Äh. Äh. Es meint, ob ich mir die Mühe mache und Klopapier aufhänge, das wird einfach oben auf das Klopapier-Ding draufgestellt. Welchen Promi würdest du gerne mal treffen? Gar keinen. Die sind bestimmt alle Psychopathen. Ich schwör's euch. Die sind alle Psychopathen. Äh. Was gab es heute bei dir zum Frühstück? Das ist echt lang her. Äh. Äh. Kartoffelauflauf. Morgens oder abends duschen? Gar nicht duschen. Aber wenn ich muss, dann mittags. Rosenkohlen? Was ist die Frage? Magst du Rosenkohlen? Rosenkohlen? Alle Frauen mögen Rosen, okay? Wie lange haben deine Tamagotchis damals überlebt? Wie beschreiben dich deine Freunde in drei Worten? Die allerbeste. Und wie beschreiben dich deine Feinde? Mein größter Albtraum. Weißt du noch, was die zweite Frage war? Äh. Warte, warte, warte. Ich hab's gleich. Warte, warte, warte. Hast du schon den Crap-Dance gemacht? Was ist eigentlich die Röhre der Lust? Ja, ich hab da einen ganz anderen Account. Da kannst du mal hingehen und dann kannst du dir das angucken. Und damit mein YouTube. Dein Lieblings-Party-Song? Ich geh nicht auf Partys. Wenn du ein Fantasy-Wesen sein könntest. Welches wärst du gern und warum? Ein Faun. Weil ich dann Hufe hab. Und Hörner. Eine Mordwaffe mit M. Mauki. Morgen geht die Welt unter. Was machen wir beide heute noch? Beschlafen. Was bringt dich zum Lachen? Ich. Und was bringt dich zum Weinen? Aber ich. Glückwunsch, Mauki. Du bist jetzt Weltherrscherin. Was ist deine erste Amtshandlung? Mich erstmal bei allen entschuldigen. Es tut mir wirklich leid. Es tut mir wirklich leid für das, was jetzt passieren wird. Dieser Talk in einem Satz? Yippie. Und dein Gesichtsausdruck, wenn du plötzlich ein Eichhörnchen siehst. Danke, du hast es geschafft. Yippie.